Hallo, ich bin Gerd Kordes, 59 Jahre alt, ein Fischerhuder Urgestein, seit 1988 durchgehend verheiratet und Vater von drei mittlerweile erwachsenen Söhnen. Ich bin selbstständiger Radio- und Fernsehtechnikermeister. Ehrenamtlich engagiere ich mich schon seit längerem im Flecken, so zum Beispiel im Orga-Team für die Fischerhuder Maifeierlichkeiten. Seit 2019 bin ich als Schiedsperson tätig. Nun bewerbe ich mich um einen Sitz im Ortsrat Fischerhude und im Gemeinderat. Dort würde ich gerne die Ideen einbringen, die ich im Rahmen meiner aktiven Mitarbeit um die Gestaltungssatzung in Fischerhude aufgenommen habe. Tradition und Zukunft brauchen gleichermaßen Raum. Ganz konkret, so schön die Kopfsteinpflasterstraßen in unseren Ortsteilen auch sind, so sind sie doch für das Befahren mit Kinderfahrrädern oder Rollatoren völlig ungeeignet. Hier muss Abhilfe her. Genauso wichtig sind Projekte zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums oder zur Ansiedlung von Gewerbetreibenden und deren positive Entwicklung. Die Liste ließe sich fortsetzen, aber das sprengt diesen zeitlichen Rahmen. Es würde mich freuen, wenn meine Ideen auf Ihr Interesse stoßen und Sie mir bei der kommenden Kommunalwahl ihre Stimme geben. Vielen Dank.